Yo Leute, was geht heute mal Sachsen Derby? Ok, jetzt kommt hier wieder das. Wollen wir Olympiastadion in Berlin? Na komm, Wetter, Schnee... Es ist halt behindert, kann mir mal jemand in die Kommentare schreiben? Es ist komisch, weil in dem Game ist kein Ton da. Das ist, das ist komisch dumm. Ich finde dazu aber auch keine Eigenschaften, das habe ich im letzten Video schon mal gesagt. Aua gegen Dresden, na klar. Jetzt ruft mich ein Kumpel an, scheiße. Können die mal nie so sprayen, Alter? Schön zu Lukas Röser. Da draußen auf... Typ. Alter, das war doch ein Foul, der... Pff, der Torwart. Geil. Pfosten! Alter! Ey, Musa Cornelia, nimm doch den Ball an, Alter. Malachsadion. 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 Vielen Dank. Alter Schwede, Digga. Da ist ja jetzt 20-23 Mannschaft besser. 1-0. Let's go. Ich hätte eigentlich nur zu Connero überpassen können, aber... Okay, Rico Benateli. Let's go. Okay, ich hätte den Ball bekommen, wäre es nice. Schön, Connero. Wieder. 2-0. 2-0. Schade. War kein Fall, ne? Ne. Alter Schwede. 1-0. 2-0. 2-0. 2-0. 1-0. 3-0. 2-0. 2-0. 3-0. Häh? Alter Schwede, ist sehr blöd. Ja, okay, Digga. Ist der top, Alter? Ist der dumm? Ich könnte jetzt eigentlich ganz gut auf Zeit gehen, aber ich will 3-0 machen. Ja, natürlich. Schon geschötziger. 3-0. Ja, gut. Äh, der Torwart Digga, der ist... Krass. Benateli hört mein Kunde. Na, okay. Okay. Ja, der Torwart Digga... ... ... ... ... ... ... telly mache dann wird's neidrig also ich sag mal so ich könnte eigentlich mit fünf nur zur halbzeit führen wenn ich sogar noch mehr aber also löwe doch ja ja ok er hat sie ja ok Hauptmann Okay, schade Hä? Wo wirft er denn? Ja, okay, Digga Schön Okay, er hat den geiler Kopf verwerben Wo war das denn jetzt? Okay, drei Minuten Nachspielzeit Bis zur 48 Zwei Minuten sind schon rum Ich will mindestens nur ein Tor machen Wenn es klappt Oh, ich glaube die machen gerade jetzt ein Tor Ganz guter Angriff haben die Doch nicht Ja, okay, schade Okay, schade Schön War nichts Ich habe anstatt Kreis verschießen Dann habe ich X gedrückt Oh mein Gott, Digga Ich wollte ihn, äh, tot eigentlich ganz leicht ausfinden Oh, ich hätte jetzt Hätte jetzt einer von denen Den Ball bekommen, also einer von Aue Hätte ich den Elfer bekommen Ich hätte den Elfer zwar sowieso voll reingeschissen Pass doch zu dem Elf Oh mein Gott Oh, jetzt eine Flanke Was passt denn da? Ist der dumm? Mach ein Fahrrückstier Ja, da Ah, keine Schade So Muss der Kreuz eigentlich hinten in der Abwehr Ach, komm, Digga Alter, ich würde gerade schon wieder ausrasten und verschlucken mich erst mal Alter, ich würde gerade schon wieder ausrasten und verschlucken mich erst mal Digga Oh mein Gott Folge uns auf Twitch, na gerne doch Oh mein Gott, alter, das kannst du auch nicht sagen Hauptmann für Osman Sag mal um ein gottes nach so eng als Tokio ist also ich weiß nicht ob so war ob es so wäre ja hat er was bis zu ihm mit einer Tricks fußballer um eben ja doch kommen wir machen aber auch mit der kundin schnurft offener ich hätte 63 er heute gemacht ich nicht so ganz bei der kundin aber damals zu der damaligen saison eigentlich schon nicht gut da war so wie unser konnte jetzt oder wie er ist unser stürmer hier ausland näher abland ist die stürmer der obwohl der kundin jetzt ohne so der beste der heute oh mein gott also ist der dumm schön 5 ja komm ich bin jetzt einfach nur auf zeit und 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 wie aber was das ja gut also 5-0 ist das Spiel ausgegangen und ich bin eigentlich recht zufrieden jo leute dann ähm erst mal tschallade und wir sehen uns im nächsten Video